Habt ihr euch schon mal gefragt, was unter dieser Plane eigentlich ist? Ohne Witz, ich werde mein Holz nie wieder im Baumarkt kaufen. Ich habe schon so viel Geld liegen lassen im Baumarkt bei meinem ersten Ausbau, wo ich richtig viel Holz gekauft habe, was aber eigentlich nicht mal hochwertig war. Und das ist jetzt richtig hochwertiges Holz. Vielen Dank an expresszuschnitt.de für die Unterstützung. Ich habe euch den Link auch mal in die Beschreibung gepackt. Man kann da nämlich genau die Zügel, die man gebraucht hat, abspeichern. Und deshalb könnt ihr da auch alle Maße nachsehen, die ich gebraucht habe. Das hier ist 21 Millimeter starkes Pappel-Multiplex-Holz. Das ist super leicht und trotzdem richtig stabil. Zieht euch das mal rein. All die Jahre stand hier in dieser unaufwendigen schwarzen Box eine Kreissäge. Und ich wusste es nicht. Das ist doch krass, oder? Ich glaube, ich probiere die direkt mal aus. Das ist doch krass. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und noch ein Werkzeug, was ich heute zum ersten Mal verwende Eine Oberfräse Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was für einen Grund diese Aussparung in meiner Bodenplatte hat, erfahrt ihr in einem meiner nächsten Videos Alle Sachen, die ich verwendet habe, sind wie immer in der Beschreibung Also bis dann, viel Spaß und macht's gut Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal.